Das sind jetzt 190 Kilo Latzschutz. Das ist kein Training für Leute mit Bandscheibenvorfall oder wenn ihr seit einer Woche dabei seid oder wenn ihr 70 Jahre seid und Nöhnbespulatur habt, findet euch jetzt nur mit der Art und Weise der Übungen ab, also Technik. Und dann gab es, habe ich meiner Frau gerade gesagt, bei YouTube einen Bericht über drei Ringer, die so aussieht. Und da hat man die gefragt, was hat man deren Trainingsroutine analysiert und die haben schwarze schwer trainiert und das sah nicht sauber aus und das war nicht technisch fein. Nur es war 300 Kilo hier, 400 Kilo da, 500 Kilo da und deshalb fahren die so massiv. Und diese Technik versuche ich auch, habe ja heute hochgeladen, 103 Kilo Körpergewicht bei 18,8% Körperfett. Ja, ok. Meine Tipps für euch. Ich wäre noch Berge gegangen. Ich war nur der Kopf. Ja, die Unterarme wurden bisschen schwach. Das ist eine gute Übung auch für Bizeps, weil ihr natürlich, wenn ihr so greift, aus den Armen zieht. Ab 190.